Und für uns ist es eine große Ehre, dich bei uns zu haben. Halleluja! Danke vielmals. Gern geschehen. Danke vielmals, Pastor Michel und Simon Heberle, dass wir hier sein können. Es ist ein Vorrecht, mit euch diesen Tag zu verbringen. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Gott ist ein Gott, der Zeichen und Wunder tut. Und natürlich, wenn wir an Gott denken und den Gott des Alten Testaments, dann sehen wir die großen Wunder, die er tat. Dass er gewirkt hat, wie er alles erschaffen hat. Aber wie er auch mit Menschen gewesen ist. Wie er auch mit Moses gewesen ist. Wir alle können uns erinnern an diese Geschichte von Mose. Wir alle können uns erinnern an diese Geschichte von Mose. Der an dieser hintersten Seite der Wüste gewesen war. Wie er war da, in der Sassa. Während 40 Jahre geflohen ist aus Ägypten. Alles, was er getan hat, ist die Schafe seines Schwiegervaters zu schützen. A única coisa, was er gemacht hat, ist die Schafe seines Schwiegervaters zu schützen. Und stell dir vor, wenn du so 40 Jahre mit diesen Schafen zusammen bist. Mose, der schmeckte wie Schafe, der blöckte wie Schafe. Der Mose ist schützt, wie Schafe. Diese Hirten, das ist ein spezielles Volk. Esses Pastoren sind ein ganz spezielles Volk. Ja, ja, die Pastoren sind ein spezielles Volk. Als ich vorher da saß und unser Pastor euch gedient hat, bin ich erinnert worden an etwas, das mir ein guter Freund jemals gesagt hat. Das Amt des Pastoren zu vollbringen ist übernatürlich. Und wir als Gemeinde, ihr als Gemeinde, ihr müsst das wissen. Das ist nicht nur einfach so ein 8 bis 15 Uhr Job. Das ist nicht so gering zu schätzen, wenn du an einem Arbeitsort bist und da arbeitest. Und ich bin davon überzeugt, dass auch da Gott in dir und durch dich wirkt. Weil ich bin davon überzeugt, dass auch da Gott in dir und durch dich wirkt. Aber Pastor zu sein oder Pastorin zu sein ist übernatürlich. Aber zu sein Pastor ist etwas übernatürlich. Diesen Job, diese Berufung kannst du nur vollbringen mit der Hilfe Gottes. Diesen Job ist auch, wenn du im Amt des Evangelisten bist. Oder wie es in Epheser 4, 11, all die anderen Dienstgaben aufgezählt sind. Also lasst uns festhalten, lasst uns beten für sie. Dass diese Salbung, dass diese Kraft, was hier ist, diese Kraftausrüstung für die neue Zeit, Dass die Mächtigkeit wirkt in ihnen. Dass die Macht in ihnen beginnt zu agieren. Weil du wirst den Profit davon haben. Weil du wirst den Profit davon haben. Dir wird gedient werden. Dieser Staat wird gedient werden. Diese Stadt wird gedient werden. Menschen werden zum Herrn kommen. und werden ihr Wundern erfahren. Aber es ist so wie Mose, er sagte auch, ich kann nicht sprechen. Aber Mose auch sagte, ich kann nicht sprechen. Wer bin schon ich? Wer bin schon ich? Und ist das nicht das, was wir alle jemals oder manchmal sagen? Wer bin schon ich? Ich bin Thomas aus Langenthal. Wer bin schon ich? Ich bin Thomas aus Langenthal. Niemand kennt mich. Niemand me conhece. Niemand weiß, dass da eine Kirche ist. Niemand weiß, dass da eine Kirche ist. Alle haben mich vergessen. Todos me esqueceram. Oh Herr, wo bist du? Oh Herr, wo bist du? Aber der Herr denkt nicht so. Aber der Herr denkt nicht so. Gott ist ein Gott der Wundern und der Zeichen. Deus ist ein Gott der Wundern und der Zeichen. Und schlussendlich, Gott, Mose, offenbart wer er ist. Und vielleicht bist du hierher gekommen und fragst dich, wer bin schon ich. Und vielleicht bist du hierher gekommen und fragst dich, wer bin schon ich? Und vielleicht bist du hierher gekommen und fragst dich, wer bin schon ich? Aber ich möchte dir sagen, wir haben einen Gott und wir glauben an einen Gott und er ist hier gegenwärtig. Und er ist der Existierende. Er ist derjenige, der Zeichen und Wundern tut. Er ist derjenige, der Zeichen und Wundern tut. Und er hat sich getan. Und er hat sich getan. Als er mit Mose war. Als er mit König David war. Als er mit dem Propheten war. Als er mit Jesus war. Als er mit den Aposteln war. Als er mit den Aposteln war. Aber wird auch da sein mit dir. Aber er wird auch da sein mit dir. Und wir müssen uns ausstrecken nach dem. Und wir müssen uns ausstreichen nach dem. Dass Gott, wenn er sagt, es neue Zeit. Quando Deus fala de novo Tempo. Die Zeit ist neu, die mag neu anbrechen. O Tempo ist neu, er macht ein neues Tempo. Aber Gott ist nicht neu. Er tut immer noch Zeichen und Wundern. Und wir müssen mehr und mehr daran glauben. Und wir müssen mehr und mehr glauben. Und auch verstehen. Und auch verstehen. Wie Wundern funktioniert. Wie Wundern funktioniert. Oder wie wir eine Gegenwart schaffen können. Wo es einfach ist für Gott zu wirken. im Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 4, da sagt Gott, dass er bestätigt, dass er Zeugnis gibt, er selber gibt Zeugnis. Alli se fala, dass Gott confirmiert, er zeigt, dass er Zeugnis ist, durch Zeichen, durch Wunder, durch mancherlei Machttaten, Austeilung des Allianistes. Das ist mein Gott. Das ist der Gott, an den ich glaube. Das er selber bestätigt, er selber gibt Zeugnis. Dass Gott auch heute hier ist, um Zeugnis abzulegen, und zu sagen, ich tue, was ich versprochen habe. Das Wort, das ich ausgesprochen habe, über Wort des Lebens ist wahr. Die Prophezeiungen, die ich gegeben habe, über Wort des Lebens, sind wahr. Das, was ich ausgesprochen habe, über deine Familie, dass sie gesegnet sein, das ist wahr. Und Gott selber gibt Zeugnis, durch Zeichen und Wunder. Um sein Wort zu bestätigen. So Moses, wir wissen, er ging. Schlussendlich war er überzeugt. Und er sagte, Aaron, Aaron, komm mit mir. Ich spreche zu dir und du sprichst zu dem Volk. Ich spreche zu dir und du sprichst zu dem Volk. Er hatte immer noch seine Furcht. Er hatte immer noch seine Furcht. Aber er hat sich aufgemacht. Aber er hat sich aufgemacht. Und wir verstehen, als Mose da zehnmal vor dem Pharao trat, dass zehnmal Wunder geschehen sind. As zehnmal Wunder geschehen sind. Hast du jemals darüber nachgedacht? Du hast ja pensiert, dass keines der Wunder im Land-Goschen passierte? Dass kein Milagre aconteceu im Land-Goschen. All die Zeichen, die passierten in Ägypten. Todos os sinais aconteceram im Ägypten. Im Ägypten war Dunkelheit. Im Ägypten, waren trevas. Im Land-Goschen, wo die Hebräer waren, da war alles normal. Im Land-Goschen, wo die Hebräer waren, da war alles normal. In Ägypten hatten sie die Mücken, die Frösche. Aber im Ägypten, die Moschiten, die Moschiten, die Säpchen. Da hatten sie den Hagel. Da hatten sie das Feuer, das Blut im Wasser. Aber im Land-Goschen, wo die Hebräer waren, da war alles normal. Aber im Land-Goschen, wo die Hebräer waren, da war alles normal. Wenn du damals einen Wunder sehen wolltest, dann musstest du nach Ägypten gehen. Wenn du damals einen Wunder sehen wolltest, dann musstest du nach Ägypten gehen. Stell dir einfach vor, wenn da die Grenze ist vom Land-Goschen, wo die Hebräer sind, und du machst einen Schritt drüber und du bist in Dunkelheit. Und imagine so, se hier ist der Ort des Ägypten, in Lagos, und wenn du einen Wunder sehen wolltest, dann musstest du einen Schritt sehen. Zeichen und Wunder sind etwas, was auch Gott tut für die Welt. Auch etwas, was Gott macht für die Welt. Um die Aufmerksamkeit der Welt auf ihn zu lenken. Gott ist ein Gott der Wunder. Und preis dem Herrn, er tut sie auch für uns. Aber so oft beten wir für Zeichen und für Wunder, Herr, wirke stärker. Herr, wir wollen Erweckung sehen. Lass Zeichen und Wunder geschehen. Fass mit Sinais und Prodígios. Und was wir eigentlich meinen, ist, tue sie in unserer Gemeinde. Und ja, das tut er. Und ja, das tut er. Aber die Zeichen und die Wunder sind vor allem für die Straße da draußen. Und wenn du ein Wunder brauchst, dann ist Gott bereit, dir eins zu geben. 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 Wenn du ein Wunder brauchst, dann heißt es aber auch, dass du in einer miserablen Lage bist momentan. Und das kann manchmal passieren. Aber das sollte nicht unser Zustand sein. Gott will, dass wir aufwachsen. Gott will, dass wir reif werden. Gott will, dass wir sein Wort lesen und glauben und empfangen. Gott will, dass wir sein Wort lesen und glauben und empfangen. Ja, aber Gott tut Wunder. Aber Gott opera Milagres. Und wenn du eins brauchst, dann ist Gott hier. Josué hat zu seinem Volk gesagt, bevor sie den Jordan übertraten, am Tag, am Abend, bevor sie zum Jordan gingen, hat er gesagt, heiligt euch. Er sagt, uns curat. Morgen wird Gott Wunder unter euch tun. Amanhã, Gott wird operar Milagres. Und wir wissen, Gott hat den Jordan gestalt, so konnten sie rübergehen und Jericho einnehmen. Und dann hat er gesagt, Gott hat den Jordan gestalt, und er hat das am Abend gesagt. Und ich kann mir vorstellen, er hat ihnen die Aufgabe gegeben, geht und heiligt euch. Und er hat die Aufgabe gegeben, er hat die Aufgabe gegeben, geht und heiligt euch. Wenn etwas gibt, dass zwischen dir und Gott ist, dann bereinige das. Es ist ein Tempo zwischen dir und Gott, wo er die Dinge preparatet. Es braucht nicht lange Zeit, dass wir uns bereit machen können, so dass Gott wirken kann. Para que a gente esteja pronto, para que Deus possa atuar. Aber es ist eine Einstellung deines Herzens. Mas isso ist ein Positionement do Seu Coração. Und wir können, wenn irgendetwas Gott aufzeigt in unserem Leben, quando alguma coisa acontece e que Deus nos mostra in unserer vida, können wir sagen, Gott, vergib mir. Podemos falar, Deus, me perdoe. Es tut mir leid, dass ich das getan oder gedacht oder gesprochen habe. Me perdoe, por eu ter pensado, falado isso. Und Gott ist bereit. Und Gott ist da mit seinem Zeichen und mit seinem Wunder. Wir sehen in Lukas, Kapitel 4, dass Jesus, als er angefangen hat in seinem Dienst, da sagt er im Vers 18, der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesandt, den Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er me ungiu para pregar as boas novas, die zerbrockenen Herzen zu heilen, die Gefangenen freizusetzen, die Gefangenen freizusetzen, die Blinden wiedersehen zu machen, fazer com que das angenehme Jahr des Jubeljahres des Herrn zu verkündigen, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Dann heißt es, er hat das Buch geschlossen und fing an, darüber zu sprechen und começou a falar a respeito disso. Und eines, was er gesagt hat, ist, heute ist diese Schriftstelle in euren Ohren verfüllt. Er disse, mit anderen Worten, heute kannst du jedes Wunder empfangen. Mit anderen Worten, heute kannst du alle Wunder empfangen. Und die Leute, die konnten es empfangen weil Jesus da war. Und nicht nur weil Jesus da war, sondern weil der Geist Gottes auf ihm war. Nicht nur weil Jesus da war, sondern weil der Geist Gottes auf ihm war. oder die Salbung, wie wir auch sagen. Oder wie wir auch sagen. Ohne Salbung, keine Wunder. Sem Unção, nenhum Milagre. Ohne Geist Gottes, keine Wunder. Sem o Espíritu do Senhor, não existe Milagre. So wichtig, dass wir offen sind für den Heiligen Geist. Por isso, ist es so wichtig, dass wir offen sind, für den Heiligen Geist. Und Jesus fing an. Und Jesus fing an. Und er sagte, es waren viele Witwen. Und er sagt, es waren viele Viúvas. Als die Hungersnot war da, in Israel. Quando existiu lá eine große Fome in dem Ort. Aber Gott salte den Propheten zu keiner anderen Witwen, nur zu dieser, die als Sarepta war. Mas er nicht die Propheten von Sarepta sondern die von Sarepta. Sarepta. Und er serviert. dann sagt er weiter, es waren viele Aussätzige in Israel. Tinham muitas Pessoas necessitadas in Israel. Zur Zeit von Elisa. No tempo de Elisa. Aber keiner wurde geheilt außer Noem an dieser Sürer. Nenhum delas foi curada a non ser Noem. Und dann hast du plötzlich diese Veränderung in der Versammlung. zuerst waren alle begeistert. No começo waren todos maravilhados. Todos estavam Halleluja, Halleluja, vamos pregar. Haben sie gerufen, waren gespannt auf das, was Jesus ihnen erzählte. Und jetzt heißt es, ihr Herz wurde gefüllt mit Zorn. Und er sagt, dass ihr seht aus der Gemeinde raus und sie empurraram ihn raus der Congregation. Und sie brachten ihn an einen klipp und wollten ihn da drüber werfen. Warum? Warum? Warum waren sie so nervös? Eines was ich hier sehe, es war dass die Witwe genauso wie auch Noem mit Glauben reagierten bezüglich dem, was der Prophet gesagt hatte. Noem hatte ein bisschen Anlauf Schwierigkeiten Es war auch betrübt weil der Prophet kam nicht selbst zu ihm um mit ihm zu sprechen hat einfach sein Gehilfen gesagt Naman desculpa Naman porque o profeta não foi direto até ele mas ele mandou o seu auxiliar e para o ajudante do profeta diz assim vai lá para o Jordão e dá lá um mergulho lá und Neum dachte come on was soll das Wir haben in Zürich bessere flüsse Denkt er ich bin gekommen ohne mich zu waschen Was für eine Anmaßung von diesem Propheten Aber der Gehilfe von Neum sagte hey probier mas o ajudante do profeta falou vai lá tenta lá e se foi isso a receita Naaman li sich überführen Naaman se deixou convencer e mergulha sete vezes no Rio Jordão e foi curado por isso que a fé é importante através da fé nós recebemos aber wiederum sehe auch hier in diesen zwei beispiele dass Gott diese wundertat für die die außerhalb des Bundes Gottes waren para pessoas que estavam afastadas do caminho do Senhor eram pessoas sem aliança eu creio que Deus quer nesse novo tempo que estamos começando ele não quer apenas fazer milagres na igreja mas ele quer fazer milagres no mundo através da igreja e não só através do pastor do evangelista e do profeta não mas através de você também crente porque você é o braço dele você é o corpo de Cristo e você tem uma unção esse é o motivo pelo qual Jesus diz também aos seus discípulos vá para Jerusalém e espere até que a força do Espírito Santo chegue até vocês mas eles estavam todos lá esperando até que essa força chegasse a primeira coisa que eles fizeram foi deixar a igreja não que eles não voltaram para igreja mas eles foram para as ruas para anunciar Deus para as pessoas e isso é aquilo que Deus quer fazer conosco esse é o motivo pelo qual Deus mandou a gente aqui para Winterthur e eu sei que nós somos uma Bíblia através da Suíça eu não sei se duas mãos são suficientes para alcançar todas as igrejas que estão em Winterthur de alguma forma Deus gosta dessa cidade com certeza ele tem um trabalho para ser feito aqui porque você está aqui e nós estamos aqui e com essas pessoas que não conhecem em contato para que chegamos a essas pessoas que não conhecem a Deus e nos conectemos a elas Deus faz prodígios e sinais neste mundo e eu quero te motivar hoje para que quando você acabar esse dia quando você chegar no seu dia a dia para que algo em você comece a agir algo que você jamais irá esquecer para que e você possa falar também através de você mesmo que o Espírito do Senhor está sobre mim ele me ungiu e ele me deu o serviço andar por todas as nações e isso quer dizer Winterthur Cantão Zurique Oeste da Suíça a Suíça toda o mundo e que nós iremos para que a gente possa ir lá e anunciar ele não só disse isso para os discípulos e apóstolos mas ele disse para todo o que ele crê que ele iria agir e ele iria acompanhar com seu testemunho com cumprimento quando você lê em Hebreus então é explicado como Moisés se moveu mas quando Jesus veio ele sim ele é o grande pastor e assim como Moisés serviu como os profetas e os sacerdotes no velho testamento nos tabernáculos serviu e isso quer dizer que todas as vezes que Moisés ia lá para a barraca que a nuvem des ia todos as vezes que Moisés tinha problemas e ele ia para aquela cabana para aquela tenda e a presença de Deus estava ali e o templo era o local onde Deus morava no antigo testamento mas Paulo fala três vezes vocês não sabem que nós somos o corpo nós somos o templo do Espírito Santo você é um carregador da glória de Deus a nuvem está com você a presença de Deus está com você a força de Deus está com você isso foi o que Jesus falou espere até que a força venha sobre vocês não dentro de vocês e então quando você vê o ato dos apóstolos eu fiz uma lista inteira eu sou da escola antiga eu tenho um ipad mas muitas vezes é melhor para mim com a caneta mas nós vemos como Deus opera a apóstol capítulo 2 o dia de Pentecostes como eles anunciaram em 3 mil pessoas se ajuntaram ao corpo de Cristo e novamente os sinais prodigios e todos em Jerusalém escutaram não existiam mais línguas diferentes e eles se perguntavam como a gente escuta esses galileus sem estudos no nosso idioma außer gewöhnlich sobrenatural milagres da língua mas também milagres de escutar Deus pode e faz e também faz hoje no capítulo 3 Pedro cura o aleijado em capítulo 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 fala dos grandes sinais feitos pelos apóstolos capítulo 8 capítulo 8 capítulo 8 capítulo 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 In Kapitel 10 sehen wir das Wunder, das Cornelius empfangen hat. In Kapitel 10 sehen wir das Wunder, das Cornelius empfangen hat. Wie eine Vision hat, wie Engels, wie Petrus eine Vision hat. Wie er eine Vision hat, wie Petrus eine Vision hat. Wie die zwei durch Gott zusammengeführt wurden. Wie die zwei durch Gott zusammengeführt wurden. Übernatürliches Wunder, auch durch das Timing. Und wie das ganze Haushalt erlöst wurde, errettet wurde. In Kapitel 11 sehen wir die Erweckung in Antioch. Und als Barnabas da hinauf ging, um die ganze Sache zu beobachten. Und als Barnabas war da und begann alle diese Dinge, er freut sich. Er war erfreut. Im Englischen heißt es, he was glad. Im Englischen heißt es, he was glad. Es heißt nicht, he was mad. Er sagt, er war glücklich, nicht dass er triste war. Weil er dachte, ja, aber wir in Jerusalem, wir sind doch die Stammesgemeinde. Eigentlich soll die Erweckung da in Jerusalem erwecken. Na verdade, er war froh, er war froh oder freude. Und überall, wo Erweckung ausspricht, da können wir uns freuen. Aber es war in Antioch, wo die Gläubigen zuerst Christen, Gesalbte genannt wurden. Könnte es einen Zusammenhang haben mit den Zeichen und den Wundern, die durch sie geschehen sind? Ich denke schon. Aber es heißt ganz klar, dass es da gewisse Leute gab, die erzählten das Evangelium nur unter den Hebräern. Aber es gab auch einige Gläubige, die brachen aus dieser Kultur aus. Und erzählten das Evangelium, all den Heidern. Aber es gab auch den Evangelium, alle Menschen. Und Lukas sagt, die Hand des Herrn war auf ihnen. Und Lukas sagt, die Hand des Herrn war auf ihnen. Und deshalb wurden sie Christen, Gläubige, Gesalbte genannt. Und deshalb wurden sie Christen, Gläubige, Gesalbte genannt. Offensichtlich, wenn wir Wunder erleben wollen, ist es sehr klar, dass wenn wir unsere Kultur ausbrechen müssen, dann müssen wir unsere Kultur ausbrechen. Kultur kann uns nicht zurückhalten. A Kultur kann uns nicht zurückhalten. Und sie sollen uns nicht zurückhalten. Und sie sollen uns nicht zurückhalten. Pastor Thomas, bist du gegen Kultur? Pastor Thomas, du bist gegen Kultur? Nein. Aber ich bin für Gott. Aber ich bin für Gott. Und deshalb soll Kultur mich nicht festhalten. Und manchmal ist es Zeit, manchmal ist es an der Ordnung, diese Kultur auszubrechen. Und das ist was die Gläubigen taten. Und wir können weitergehen. Kapitel 12, 13, 14, 15, 16. Und alle diese Wunder, die Gott getan hat. Und alle diese Wunder, die Gott getan hat. Bis zum Kapitel 28. Und heute sind wir im Kapitel 29. Und heute sind wir im Kapitel 29. Es geht um uns. Heute fala-se de uns. Dass wir das tun. Nós fazemos das heute. Aber wie gesagt. Como falei. Wir brauchen den Heiligen Geist. Precisamos do Espíritu Santo. Weißt du, im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 1. No primeiro livro de Gênes, Kapitel 1, Vers 1. Da heißt es Gott Elohim. Allí fala-se, Elohim. Schuf, Himmel und Erde. Cria, Säu und Terra. Und es heisst Elohim als Gott, der dreieinige Gott. Und es heisst auch, dass der Geist Gottes, im zweiten Vers, das Geist Gottes brütete über dem Wasser. Und wir verstehen, dass Jesus Christus das Wort ist. Und wir wissen, dass Jesus Christus das Wort ist. Johannes, Kapitel 1. João, Kapitel 1. Das Wort wurde Fleisch. Und wohnte unter uns. Und Jesus Christus ist das lebendige Wort. Und Jesus Christus ist das Wort viva. Das Wort des Lebens, ja. Das Wort, das Verbo der Vida. Das Wort Jesus, da ist Leben vorhanden. Allí in Jesus, es ist die Vida disponibel. Aber sobald Gott fahre, das Wort aussprach, es werde Licht. Mas quando Deus Pai fala, haja Luz, da hat der brütende Geist Gottes Licht geschaffen. Und weißt du, das Wort könnte auch ein Inkubator sein. Essa palavra, Pairava, pode ser como uma Inkubadora. Oder wir sagen im Deutschen, Brutkasten. Und nós falamos em Alemão, Brutkasten. Kannst du mir helfen, Sandra? Brutkasten. Inkubadora. Das ist das selbe Wort, ja. Und der Inkubator ist da. Mas a Inkubadora ist da ali. Und es hat zwei Bedeutungen. Tem dois Significados. Natürlich auch, ich habe einen Farmer in unserer Gemeinde und der hat, er brütet die brütenden Eier aus. Nós temos farmacêuticos na nossa igreja e eles cuidam de ovos. Also die Hühner produzieren die Eier. As Galinhas produzen os ovos. Die dann später ausgebrütet werden. Die in algum momento nascen e clodin. Aber es braucht eine Zeit. Mas isso demora algum tempo. Es muss unter dieser Wärme sein. Oder wie auch eine Henne sich über die Eier sitzt und brütet. Aber der Zeitpunkt, wir kommen, wo das kleine Küken durchbricht. Und eine Manifestation da ist. Und die Manifestation vai estar ali. Wir haben in den letzten zwei Jahren haben wir viel über die Inkubationszeit gehört. Nós, nos últimos, nos últimos anos, nós ouvimos muito a palavra a respeito de Inkubação. Dass ein Virus in uns hineinkommen kann. Nós ouvimos falar que um Virus iria nos atingir. Aber es braucht eine gewisse Inkubationszeit, bis es sich manifestiert. Mas, es precisa de um tempo de Inkubação até que ele se manifeste. Das ist, was der Heilige Geist tut. Isso é aquilo que o Espíritu Santo faz. Nicht uns infizieren mit Krankheit. Não nos infectar com doença. Aber er brütet. Mas ele se manifesta. Er está. Ele está aqui. Über die ganze Welt. Sobre todo mundo. Deshalb ist er auch ausgegossen worden über alles Fleisch. Por isso ele foi derramado sobre toda carne. Und manchmal habe ich gedacht, ja, es sind doch nur die Christen die erfüllt werden. Mas, in algum momento eu pensei que só seriam os Christãos que seriam cheios. Ja, ja, das schon, aber die Ungläubigen über ihnen brütet er. Mas, também, sobre os não-crentes, sobre eles, foram derramados. Und wenn wir anfangen zu sehen dass Christus, dass der Geist Gottes über Winterthur brütet, e quando nós vemos o Espírito do Senhor como ele está sobre eles, dass wenn wir rausgehen und das Wort, das Logos, das Rema sprechen, dann ist der Heilige Geist am Brüten und macht alles warm. Sodass eine Manifestation durchbrechen kann. Und wir nennen das Zeichen oder Wunde und nós chamamos isso de Sinal einer Manifestation oder Milagre. Eine Demonstration eine Demonstration. Weißt du, wenn wir uns diese Frage stellen, wenn wir jemandem am Bahnhof das Evangelium erzählen, wie lange musst du warten bis die Kraft Gottes kommt von Jerusalem bis diese Person rettet wird? Quanto você tem que esperar até que a força de Deus venha de Jerusalem bis diese Person sagen, ja, musst du einfach hier warten. Ja, então você tem que falar para essa pessoa, você só tem que esperar aqui um Und ich rufe mal den Heiligen Geist in Jerusalem und frage mal ob er einen offenen Termin hat damit er kommen kann und dich retten kann. Nein, die Kraft ist da. Nein, die Kraft ist da. Sobald jemand es hört, und es nicht mal versteht in seinem Verstand aber mit seinem Wunders. Die Bibel spricht von Wunders, von Heilungen. Es ist der selbe Heilige Geist. Der Geist Gottes gibt uns Wunders zur Bewehrung des Schutzes. Gott tut das. Wir brauchen seinen Schutzen. und wir brauchen der Schutz Gottes. Aber wir in so speziellen Zeiten leben, wir brauchen diesen Schutzen Gottes. Wir brauchen diese Schutz Gottes. Ich kann mich erinnern, ich kam einmal von Südamerika nach Hause. Ich bin sehr gut, ich bin von Südamerika im Südamerika nach Hause. Und ihr kennt das am besten, wie lang dieser Weg ist. Und ich sitze da im Flughafen in Paris. Und ich sitze da im Flughafen in Paris. eine knappe halbe Stunde, knappe Stunde von zu Hause. Mais oder menos circa 30 Minuten, 1 Stunde de Distanz von Hause. Aber ich muss noch sieben Stunden auf meinem Flug warten. Aber ich musste noch sieben Stunden auf meinem Flughafen warten. Ah, das ist so mühsam. Ah, ich bin so cansativer. Und ich hatte einen Reisen, ein, 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 ja, der Heilige Geist hat mir gesagt, geh, geh, geh. Und der Heilige sagte mir, geh, geh, und so ich versuchte mein Ticket zu ändern. Aber sie sagten, es gibt kein anderes Flugzeug. Und dann me falten, dieses Ticket können wir nicht ändern. Du musst diese sieben Stunden hier warten. Und so war ich da in diesem Terminal. aber hatte immer noch dieses reisen nach Hause, nach Hause, nach Hause. Und ich frage den Herrn, was ist es, was ist es, weshalb? Und wie wir gelernt haben, Römer, Kapitel 8, Vers 26, und wie wir studieren, in Romans, Kapitel 8, Vers 26, dass der Heilige Geist uns zur Hilfe kommt, weil wir nicht wissen, was wir beten, dass der Heilige Geist uns weil wir nicht wissen, was wir beten, dass der Heilige Geist uns zu Hilfe kommt, weil wir nicht wissen, was wir beten, und einfach gesagt, Herr, was immer das ist, Herr, dann sagte ich, Herr, was das bedeutet? Ich habe darauf geschaut, ich habe diesen Terminal betrachtet, mein Vater ist Engenheuer, mein Vater ist Engenheuer, deshalb bestand ich auch diese Engenheuer Kunst, die da geschaffen hat. Ich dachte, wow, das ist kein einziger Pfeiler in diesem Terminal. Alles wird einfach so gehalten durch diese Konstruktion. Dann habe ich gebetet, danke, Herr, dass das so bleibt. Danke, Herr, was immer das ich brauche und was immer dieses Reisen ist, nach Hause zu gehen, danke, dass die Engel hier sind. Was immer für ein Schutz, das ich brauche, die Engel Gottes sind hier, um mich zu halten. Die Zeit verging, ich kam nach Hause, ich kam nach Hause, und küßte meine Frau, beijte meine Frau, und am nächsten Morgen, um sieben Uhr ist dieser Terminal zusammengebrochen, und dann wusste ich, wie Gott geschützt hat, wie er geschützt hat, wie er geschützt hat, und zu einem wunderbaren Land, living können, wie es in der Schweiz, und gläuer Gott, um zu leben, in einem Welt so großartig wie die Schweiz, mit all der Sicherheit, Aber ich denke, trotz all der Sicherheit im Natürlichen, lasst uns ein Glauben entwickeln für seine Sicherheit. Dass egal wo wir sind, was wir tun, dass sein Schutz mit uns ist. Dass seine Engel uns auf Händen tragen, damit wir unsere Füße keinem Stein stoßen werden. Gott sagt in Jesaja, capítulo 43, vers. 19, Ich will etwas Neues tun. Wir haben es heute schon mal gehört. Dass es neue Zeiten sind. Aber Gott sagt, ich will etwas Neues tun. Und wir verstehen oftmals nicht, was das Neue ist. Aber Gott sagt auch, dass er es uns zeigen wird. Und dass wir auch verstehen müssen, dass es da zwei Welten gibt. Es gibt diese natürliche Welt. Aber es gibt auch diese geistliche Welt. Diese übernatürliche Welt. Und Paulus spricht immer wieder davon. Und Paulus spricht immer wieder davon. Dass wir geistliche Sachen auch geistlich beurteilen sollen. Dass wir geistliche Sachen auch geistlich beurteilen sollen. Eine wunderbare Geschichte im 2. Könige, Kapitel 6. Es sind die Syriens, die wollen Israel angreifen. Es sind die Syriens, die wollen attacken. Und sie machen alle ihre Pläne und gehen an diesen Ort und gehen an diesen Ort. Und sie machen alle ihre Pläne und gehen an dieser Ort. Und sie sind in diesen Ort. Die Geheimdienst ist am Arbeiten. und bereitet diesen Hinterhalt vor. Und wenn sie da ankommen, sind die Hebräer schon da. Und sind schon bereit. Sie können diese Attacke nicht machen. Und der König wird wütend. Und der Rei wird nervös. Weil das ist nicht nur einmal passiert, das ist mehrfach passiert. Und er sagt, wo ist dieser Verräter unter uns? Der alle unsere Pläne verräte. Aber da kommt jemand zum König und sagt, nein, 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 es ist kein Verräter unter uns. Diese Israeliten, diese Bundesleute, diese Geistleute, die haben da einen Propheten. Und er erzählt sogar, was du in deinem Bett, in deinem Schlafzimmer erzählst. Und dann kommen sie und wollen Elia angreifen. Und sie haben die ganze Stadt eingenommen. Am Morgen, der Gehilfe von Elia, vom Propheten, steht auf und geht nach draußen. Und natürlich, was er sieht, ist die Armee der Feinde, die Syrien, jetzt haben sie es geschafft. Und er sieht, dass der Exército in den Himmel die Stadt umgekehrt war, und sie haben sie geschafft. Ein ganz Armee gegen zwei Personen. Ein Armee gegen zwei Personen. Ein Armee gegen zwei Personen. Er kommt zurück und sagt, ei, 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 Elia. Und er kommt und sagt, ei, 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 Elia. Und er sagt, ei, 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 Elia. Und er sagt, o Exército ist hier. Wir sind gefangen. Wir sind gefangen. Wir sind gefangen. Es ist alles. Es ist alles. Was ist das Testament geschrieben? Und was sagt, was ist die Reaktion des Propheten? Und was sagt, was ist die Reaktion des Propheten? Herr, öffne ihm die Augen. Abra os olhos dele. Öffne ihm die Augen. Abra os olhos dele. Und er sagt, die, die mit uns sind, sind viel mehr als die, die mit ihnen sind. Aqueles, die sind mit uns. Er ist viel größer als die, die mit ihnen sind. Und Gehazi hat seine Augen aufgetan. Er sah den ganzen Horizont mit der Armee Gottes gefüllt. Und er sah den Augen aufgetan. Und er sah den Augen aufgetan. Und er sah den Augen aufgetan. Im 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 4, heißt es der Erde, der in uns ist, ist der größer als der, der in der Welt ist. Im 1. João, Kapitel 1, Vers 4, sagt, dass der spirit in uns ist größer als der, der in der Welt ist. Aber die natürliche Situation will kommen, will uns Angst machen. Und Angst ist ein Resultat, dass wir auf das natürliche vertrauen und sehen. Und der Angst ist ein Resultat, dass wir auf das natürliche vertrauen und sehen. Pastor Michel hat uns gesagt, die Sprache Gottes ist Glaube. Und wie Michel hat gesagt, die Sprache Gottes ist Glaube. Glaube sie das Übernatürliche. A fé, sie sieht das, was natürliche Augen nicht sehen können. A fé, sie sieht das, was natürliche Augen nicht sehen können. Und der Heilige Geist ist am Brüten. Und der Heilige Geist ist am Brüten. Er ist am Incubieren. Er ist am Incubieren. Und wartet darauf. Und er espera, das Wort des Lebens aufsteht, und sagt, wir können das tun. Und er sagt, wir können das tun. Mit Gottes Hilfe, wir können das tun. Mit der Hilfe, wir können das tun. Lass uns den nächsten Schritt tun. Lass uns diesen Menschen Hände auflegen. Lass uns diesen Menschen Hände auflegen. Wie Gott gesagt hat. Weil Gott ist am Brüten durch den Geist Gottes. Und Gott ist am Brüten durch den Geist Gottes. Auch auf den Ungläubigen. Auch auf den Ungläubigen. Damit wenn du ihnen Hände auflegst. Wenn du ihnen Hände auflegst. Wenn du ihnen von Gott der Zeichen und Wundertut erzählst. Dass er sich manifestieren kann. Dass er sich manifestieren kann. Dass er sich manifestieren kann. Das ist das Wunder. Das ist das Milagre. Dass wir warten. Das ist das Wunder. Und so lasst uns wie Johannes. Er sagt in seinem Brief, im Kapitel 5, Vers 14. Dass wir freimütig sein sollen. Dass wir wissen, dass Gott uns hört. Wenn wir um etwas beten. Dass wir eine freimütigkeit haben. Mut haben. Dass wir immer, dass wir gemäß seinem Willen bitten. Und er uns hört. Dass wir uns überwunden. Dass wir uns überwunden. Dass wir uns überwunden. Martin Luther hat gesagt. Ein kurzer Gebet ist lang genug. Martin Luther hat gesagt. Dass eine kleine Gebet ist eine oração zufrieden. Aber es gibt immer die Religion. Oder auch Jesus selber hat gesagt. In Matthäus 6. Aber es gibt immer die Religion. Und auch Jesus selber hat gesagt. In Matthäus 7. Sie sprechen nicht wie die Religionen. Sie sprechen viel wie die Religionen. Die beten und beten und beten. Die denken, weil sie viel beten. Deshalb hört Gott sie. Und sie orern, orern, orern. Und sie imaginern, weil sie orern sehr. Ich sage nicht, dass du aufhörst zu beten. Ich sage nicht, dass du aufhörst zu beten. Aber wir hatten auch Situationen, wo wir nicht lange beten konnten. Wenn du auf der Autobahn fährst mit einem V-E-Bus, der vollgeladen ist mit Hilfsgütern. Wenn du auf der Autobahn fährst mit einem V-E-Bus, der vollgeladen ist mit Hilfsgütern. Und ein Pneu platzt. Und ein Pneu stört. Die ganze Familie ist im Auto. Die Familie ist im Auto. Das kann gefährliche Unfälle geben. Und das kann gefährliche Unfälle geben. Alles, was sie sagen konnten. Das war unser Gebet. Das war unser Gebet. Und der Preis dem Herrn hat uns geholfen. Niemand neben uns, niemand vor uns, niemand hinter uns. Und wir konnten langsam das Auto handeln und abbremsen. Wir haben das Rad gewechselt, haben Gott gedankt und sind weitergefahren. Ja, wir haben das Rad gewechselt, haben Gott gedankt und sind weitergefahren. Aber ein kurzes Gebet kann lang genug sein. Aber eine kurze Gebet kann lang genug sein. Aber Gott tut wunderschön. Lasst uns freimütig sein. Lasst uns freimütig sein. Lasst uns freimütig sein. Lasst uns freimütig sein. Weil der Geist Gottes ist am Brüten. Er wartet darauf, dass wir es aussprechen. Er wartet darauf, dass wir darauf handeln. Und ich weiß, Sie sind nicht eine passive Gemeinde. Aber wir müssen, trotz all dem, müssen wir immer daran erinnert werden. Dass wenn wir nur Hörer allein sind und keine Täter, dass wir uns selber betrügen. Es ist nicht der Teufel, der uns betrügt. Es ist nicht deine Schwiegermutter, der dich betrügt. Oder ein Haustier. Nein, du selbst. Weil du nicht getan hast, was das Wort sagt. Denk mal darüber nach. Wenn du all die Wundern, die Jesus getan hat, ist es nicht erstaunlich, dass er bei den meisten Wundern seine Jünger involvierte? Das erste Wunder, das er tat, da in Cana, am Hochzeitsmahl. Mama Maria schubste Jesus ein bisschen hinein. A Mama Maria empurre Jesus, so dass ein Milagre getroffen wurde. Das wäre eine Möglichkeit, Thomas. Das wäre eine Möglichkeit, Thomas. Und Jesus hat den Jüngern gesagt, geht, fülle die Krüge mit Wasser. Und Jesus geht zu den responsabenden Menschen und sagt, enche den Tank d'Agua. Jemand hat dieses Glas gefüllt. Alguien encheu diesen Kopf d'Agua. Danke vielmals. Aber jeder von uns könnte das tun. Aber jeder von uns könnte das tun. Ist es schwierig? Ist es schwierig? Ein Glas mit Wasser zu füllen? Encher ein Kopf d'Agua? Ist es schwierig? Ist es schwierig? Ein Krug mit Wasser zu füllen? Encher ein Toineu d'Agua? Nein. Nein. Die natürliche Handlung des Füllens mit Wasser und aus dem Krug wieder zu schöpfen? A operação natural de encher aquele Toineu d'Agua ist ganz normal. Jeder von uns kann das tun. Ist es richtig normal? Todos nós podemos fazer isso. Ist es nicht erstaunlich? Não ist es surpreendente? Als Jesus gesagt hat, gebt ihr ihnen zu essen? Quando Jesus fala, de vocês a eles de comer. Da sage ich, kann ich schon sehen, wieder einige Jünger die wurden sehr nervös. Ich muss mal auf die Toilette. Ich muss mal auf die Toilette. Aber alles was sie gefunden haben waren diese fünf Brote und diese drei Fechlein. Das war wenig. Andreas hat sogar gesagt, was ist das? Das war so wenig für diese vielen Leute. Das war sehr wenig. Andreas auch kam zu sagen, Ah, es ist so wenig für diese Multidäu. Jesus hat das wenig empfangen, hat es gesegnet, Jesus recebeu aquele pouco, abençoou, und hat es wieder in die Hände der Jünger gegeben, e entregou de novo na mão dos discípulos. Und sie teilten aus. E eles dividiram. Thomas teilte aus. Thomas dividiu. Ich kann es immer noch nicht glauben. 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 Judas halte aus. Judas também. Eins für dich. Unn pra você. Für mich. Unn pra mim. Eins für dich. Zwei für mich. Dois pra mim. Alle hatten genug, assen so viel sie wollten. Todos tiveram bastante, eles comeram tanto, quanto eles quiseram. Und noch zwölf Körbe waren übrig. E ainda doze cestos sobraram. War das austeilen, das servieren von fish und brot, ist das etwas schwieriges? É, por acaso, difícil, partir pães e peixes? Jeder von uns kann es tun. Todos de nós podemos fazer isso. Jeder von uns hatte schon getan. Todos de nós já fizemos isso. Der einzige Unterschied ist, a única diferença é, dass wir es zusammen mit dem Geist Gottes tun. Und da, wo wir bereit sind, und da, wo wir bereit sind, nicht nur hörer zu sein, sondern dieses Wort umzusetzen, in unserem Leben, da ist der Geist Gottes da zu manifestieren. Na nossa vida, ali o Espíritu Santo também quer sich manifestieren. Und gewisse Dinge werden ganz natürlich sein, e algumas coisas irão acontecer, bem natural. Mesmo nenhum milagre sendo algo natural. Aber wenn wir sehen, werden wir ernten. Mas se nós plantarmos, nós iremos colher. Er öffnet die Himmelsfenster über uns und überschütet uns mit seinem reichen Segen. Er tut das für uns. Er faz isso für uns. Aber nur weil wir gemäß dem Wort Gottes handeln. Mas só porque nós consideramos a Palavra do Senhor. Und preise dem Herrn dass es eine Gemeinde wo das Wort Gottes gepredigt wird. Und graças a Deus porque essa é uma Igreja que a Palavra de Deus é pregada. Also am hören liegt es nicht. Não, o problema não é o que estamos ouvindo. Aber lasst uns eine Überzeugung bekommen und diese Freimütigkeit entwickeln. Mas vamos deixarmos sermos surpreendidos através da nossa ousadia. Dass Gott nicht einfach limitiert ist auf diese vier Wände Ja, am Sonntag kommen wir in die Gemeinde und Pastor Michael und seine Frau werden für mich beten, dass Wunder geschieht. Ja, sie werden das tun. Aber du kannst schon am Freitag beten. Und dich öffnen. Und dich bereit halten. Und sagen, Heiliger Geist Du wohnst in mir. Du brütest. Wirke das Wunder. Manifestiere es. Ich empfange es jetzt. Und Schmerzen werden verschwinden. Krankheiten werden fliehen. Da wo du keine Antwort hat es in deinem Leben wirst du wissen was zu tun ist. Naquels locais anst du wirst du eine Antwort wirst du wissen was zu tun ist. Weil der Geist der Wahrheit ist in uns in alle Wahrheit hineinführt. Und er wartet nicht auf morgen. Die Jünger mussten warten in Jerusalem. Die Jünger mussten warten in Jerusalem. Die Jünger mussten warten in Jerusalem. Aber die Zeit des Wartens ist vorbei. Aber die Zeit des Wartens ist vorbei. Heute war heute wenn ihr seine Stimme hört er stocket nicht in eurem Herz. Jesus sagte heute ist diese Schrift der Jesus predigte einmal pregou und offensichtlich waren da viele kranker und oft waren viele doenten und die brauchen Hilfe. Mach mal Platz. Geh ein bisschen zur Seite. Das ist Religion. Religion macht keinen Platz. Religiosität. Aber preis dem Herrn. Sie stiegen auf das Dach. Es heißt sie gab keinen Weg zu Jesus. Aber sie machten einen Weg. Sie brachen aus ihrer Kultur. Das ist nicht das Normale dass bei den Gottesdiensten die Dächern abgedeckt werden. Das ist nicht normal in einem kulto die 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 werden. Hoffentlich nicht nächsten Sonntag. Lass uns ein Open Air Gottesdienst haben. All die kranken sollen aufs Dach steigen. Nein, aber es war für sie der Weg um ihren larm Freund von Jesus zu bringen. Und Jesus ließ sich nicht unterbrechen. Er sagte nicht mal, hey, mach doch mal Platz für sie, dann müssen sie nicht alle die Arbeit machen. Gott will wissen wie ernst es mit ist. Aber er wird da sein dich zu treffen. Und das erste was Jesus zu diesem Mann sagte, deine Sünden sind dir vergeben. Seus pecados sind perdoados. Ich habe mich immer gefragt, Jesus, siehst du nicht der Islam? Er braucht Heilung? Er brauchte cura. Warum sagte, deine Sünden sind dir vergeben? Warum ihr perdoados? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass die Schuld, die auf ihm war, die er bewusst oder unbewusst auf sich geladen hat, er oder nicht er hat, wenn sie fragte, bin ich denn würdig? Er fragte, ich bin digno. Wer bin John? Ich weiß du was krankheit mit dir macht. Sabe o que a doen macht mit dir? Krankheit wird an deinem eigen bild arbeiten, dass du nicht würdig bist. A doen wird mit du begin zu imaginar , dass du nicht digno. Aber wenn du deinen Sinn er ne ist, dann weißt du bist wenn du lest und deine mente ist renovada, wirst du dass du ist die Justiça. Und indem Jesus sagt, deine Söhne sind vergeben, sagt er, es gibt nichts das zwischen mir, dem Heil und dir, dem Kranken steht, das uns hindern könnte. Nichts. Er sagt, es kann machen, dass du do und ich curate und als diese Selbstverdämmnis, diese Schuldfrage gelöst war, war gehalt. Dann vamos deixar esse pensamento de culpa de hora para outra. Er wurde curado. Du bist würdig ein Wunder zu empfangen. Du bist würdig. Du bist würdig. Fale comigo, ich bin würdig für das wirken des Geistes Gottes. Auch in meinem Alltag. Amen. Amen. Ist jemand hier der Schmerzen oder irgendein Problem mit der Achsel hat und mit der Hüfte? Hüfte, Hüfte, Hüftgelenco und Achsel. Schmerzen und nos ombros. Habe jemand? Jemand? Schmerzen oder Arthritis oder Arthrose? Ich weiß nicht genau, was es ist. Amen. Darf ich für dich beten? Sonst noch jemand? Mais Alguien? Halleluja. Fale, wir danken dir. wir danken dir für diesen Schmerzen sprechen, dass sie verschwinden. In Jesu Namen. Vater, wir danken dir für komplette Heilung in allen Gelenken, allen Schmerzen, dass sie verschwinden. In Jesu mächtigen Namen. im Namen poderoso de Jesus. Vater, wir danken dir für den brütenden Heiligen Geist, der ein Wunder hervorbringt. Heilung hervorbringt in Jesu mächtigen Namen. Guras sobrenaturais jetzt Schmerzen weist Schmerzen weist in Jesu Amen. In name Jesus. Deine Axt Halleluja. Vater, wir danken dir, dass du dich um diese Axt kümmerst. Danke für deine wunderwirkende Heilungskraft. Danke für die Salbung, die im Wirken ist. Schmerzen weist. Entzündung und all das, was die Ursache ist, muss verschwinden. Und wir klären komplette Heilung. Keine Schmerzen mehr, keine Behinderung mehr. In Jesu Mächtigen Namen. Amen. Halleluja. Vater, wir danken dir für unsere liebe Schwester, dass sie geholt ist, dass du sie jetzt berührst. Halleluja. Wir danken dir, dass deine Salbung, eine Heilung und eine Wiederherstellung hervorbringt. Schmerz, Krankheit, weichness, dor, meine Schmerz, freie ist in Jesu Mächtigen. Halleluja. 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 Danke. 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 Amän. Amen. Halleluja. Halleluja. Vater, wir danken dir für diese Knie, Vater, dass sie geholt ist. Wir danken dir, Schmerzen weichen ist. Halleluja. Du bist der Gott der Wundertur. Vater, wir danken dir für eine vollkommige Wiederherstellung. dass sie wiederhüpfen kann, dass sie wieder rennen kann, dass sie wiederhüpfen kann. Halleluja. Danke, Herr, für deine Salva. Und danke für deine Salva. Vollkommen wiederhergestellt. Totalmente reestabilisiert. Amen. bewege es und briefe es. Amen. Your leg. Halleluja. Vater, wir danken dir. Vater, wir danken dir für deine Heilungskraft. Du bist großartig. Wir sprechen zu diesem Bein, zu Gefäßen, Gelenken, für eine vollkommige Wiederherstellung, für eine cura und total. Dass es besser wird von dieser Stunde an, wird werden jetzt vor kommen in Heilung. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Wow, wow, wow. Quem pode me traduzir aqui? Halleluja.